Voodoo.de Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Erstmal bevor es gleich zu einem coolen Gewinnspiel geht, ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Weihnachten für euch und eure Liebsten. Dieses Jahr ist natürlich alles anders, das wissen wir alle. Also ich hoffe natürlich, dass wir trotzdem alle eine schöne Zeit verbringen werden. Habt wirklich eine schöne Zeit, genießt es soweit ihr könnt. Ich denke, jeder findet für sich die beste Lösung. Und wir hoffen natürlich alle, dass wir nächstes Jahr Weihnachten dann wieder ganz normal feiern können. Und jetzt aber zum Gewinnspiel. Und zwar verlose ich fünf Steam VR Keys für The Walking Dead Saints and Sinners. Das ist wirklich in meinen Augen mindestens unter den Top 3 Zombiespielen. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Das ist quasi ein Shooter mit Rollenspiel-Elementen, mit Quests und einer halbwegs offenen Welt. Sehr, sehr toll gemacht. Gefällt mir sehr gut. Habe ich auch schon ein Review zu gemacht. Wie gesagt, fünf Keys für die Steam VR Version. Und den Link zum Gewinnspiel findet ihr unter dem Video. Ja, also da könnt ihr bei Gleam.io mitmachen. Da gibt es auch die Gewinnspielbedingungen. Das Gewinnspiel startet natürlich genau jetzt. Und die Dauer vom Gewinnspiel findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Die Gewinner, also es sind ja fünf Gewinner, die werden per E-Mail benachrichtigt. Ich wünsche euch viel Glück. Und nochmal, habt eine schöne Weihnachtszeit, Leute. Und eine tolle Zeit mit euren Liebsten, eurer Familie, soweit es denn möglich ist. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin viel Glück und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Wude.de